Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf MZMovies, heute sogar schon mal im Zug bei Nürnberg. Heute geht es zum WfB-Spiel nach Fürth und ich würde sagen, weil wir gerade schon ein bisschen spät dran sind, sehen wir uns einfach gleich nochmal im Fürth im Stadion. Bis gleich. WfB-Spiel 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 Trulala, trulala, ja ist denn noch ein Kutscher da? Jetzt sind wir nochmal in Nürnberg, das Spiel ist 1-0 für Kreuter Fürth ausgegangen, nicht toll. Wir sind jetzt noch in Nürnberg eine Stunde Aufenthalt, Kreuter Fürth war eindeutig die bessere Mannschaft leider, aber ich werde noch in andere Auswärtsspiele gehen und hoffen, dass dort unser VfB noch siegt. Ich werde später nochmal ein kleineres Clip machen und dann sehen wir uns einfach später nochmal. Falls ihr auch das Spiel gesehen habt, schreibt doch mal für wen ihr wart und wie ihr es gefunden habt. Königstraße hier, wir sind im Stuttgart, das war wirklich mein erster richtiger Ausflug heute in Nürnberg. Ich war schon zwei Mal in Nürnberg, aber nur zum Umsteigen und jetzt habe ich mir mal ein bisschen die Alte angeguckt. Ja, ist ganz okay. Wenn ihr in Nürnberg oder wie findet ihr in Nürnberg? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Also das war doch der letzte Clip aus Nürnberg, ich gehe dann jetzt zum Zug und fahre nach Hause. Bis zum nächsten Mal aus. 20.13 Uhr, ich sitze da wieder in der Bahn, 19.56 Uhr war er da, okay, das war ein Tag okay, Spiel scheiße, Tag war in Ordnung, Nürnberg mal ein bisschen gesehen, gut, und ich würde sagen, das war's dann von dem heutigen Vlog, ihr könnt gerne einen Kommentar abgeben, macht ihr das Spielpfanne, etc., und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ich würde mich freuen, wenn der Daumen hoch da lässt, und bis zum nächsten Mal, ciao! Ein Andy, ich würde mich freuen, auf! Outro